Ich werde oft gefragt, warum meine Vorträge über elektroaktiviertes Wasser so lang sind. Sie müssten aber eigentlich noch viel länger sein. Aber ich verstehe schon, man will erstmal nur Kerninformationen. Ich versuche es einfach mal. Wir können schwimmen, doch wir kommen weiter mit einem Schiff. Schnell als zu Fuß sind wir mit Hilfsmitteln. Fahrräder sind Volkssport geworden. Ein Volkswagen ist auch nicht unbeliebt. Wir können das Gehen studieren und sogar einen Roboter gehen lassen. Wir können mit der Masse um die Wette laufen. Und schnell nach was zu trinken greifen. Vor rund 200 Jahren kam der Dresdner Apotheker Friedrich Adolf August Struwe auf die Idee, Wasser, das sich als besonders gesund erwiesen hatte, künstlich herzustellen. Er mischte Mineralpülferchen zusammen und hatte mit seinen Trinkkuranstalten von London bis nach Moskau einen Riesenerfolg. In den 1920er Jahren kam der Berliner Elektrochemiker Boto von Schwerin auf die Idee, man könnte auch Elektrolyse zur Herstellung künstlicher Mineralwässer einsetzen. Zuvor diente die Wasserelektrolyse vor allem der Gasgewinnung. Jean Biliter in Paris und Karl Kaiser in München konstruierten damals komplexe Elektrolysezellen zur Wasserbehandlung. Aber nur der Münchner Ingenieur Alfons Natterer schaffte es, nach langen Umwegen drei Arzneiwässer nur durch Elektrolyse ohne jeden Zusatz herzustellen, die er dann 50 Jahre lang in Apotheken verkauft hat. Natterer erzeugte drei Elektrolytwassersorten. Die Grundidee lässt sich am einfachsten mit Farblicht demonstrieren. Nehmen wir an, Gesundheit sei die Farbe weiß. Eine bestimmte Gesundheitsstörung zeigt sich nun in einem Rotstich. Nachdem der Körper überwiegend aus Wasser besteht, ist es naheliegend, ihm nun ein Wasser mit mehr Blau- und Grünanteil zu geben. Funktionswasser ist also ein Korrekturwasser. In Japan hat Machi Suwe Suwa in den 50er Jahren zum ersten Mal Funktionswasser für therapeutische Zwecke hergestellt. Man fokussierte sich dabei auf das bei der Elektrolyse gewonnene alkalische Wasser. Die Grundidee war der Ausgleich zu vieler Säuren, die bei der modernen Lebensweise und Ernährung Gesundheitsstörungen vor allem im Bereich des Stoffwechsels verursachen können. Der Arzt Hidemitsu Hayashi brachte führende Krankenhäuser dazu, die Wirkung des basischen Elektrolytwassers bei der Behandlung verschiedenster Krankheiten zu testen. Und der gut dokumentierte Erfolg führte zur Entwicklung einer Industrie, die sogenannte Wasser-Ionisierer, Water-Ionizer, für den Heimgebrauch herstellte. Inzwischen trinkt jeder vierte Japaner basisches Aktivwasser. Entsprechende Wasser-Ionisierer, die heute vor allem in Korea hergestellt werden, gibt es inzwischen weltweit und natürlich auch in Deutschland. Sie haben eingebaute Wasserfilter und neuartige Elektrolysezellen, die basisches und saures Elektrolytwasser auf Knopfdruck produzieren. In der früheren Sowjetunion hat man sich in einem umfangreichen geheimen Forschungsprojekt mit dem Elektrolytwasser beschäftigt. Der führende Kopf ist der Moskauer Professor und Unternehmer Witold Barkir. Er hat vor allem großtechnische Lösungen entwickelt. Im Bereich der Nutzung von saurem Aktivwasser, das sich für Hygienezwecke besonders eignet, ist Russland heute der Weltmarktführer. Wenn bei der Elektrolyse Strom durchs Wasser fließt, verändert dies dessen Redoxpotenzial oder ORP. Beim basischen Elektrolytwasser sinkt das ORP stark ab. Was eine ungeheure Zunahme des Elektronenangebots bedeutet. Beim sauren Aktivwasser mit ORP-Werten von plus 600 bis 1200 entsteht dagegen ein enormer Energiemangel. In beiden Wassersorten kommt es zu chemischen Reaktionen, die sonst nicht passieren würden. So erzeugt ein Wasserionisierer aus einem pH-neutralen Leitungswasser mit elektronenarmem ORP ein mild basisches Kathodenwasser mit minus 229 Millivolt ORP, was etwa einem 10-millionenfachen Elektronenangebot entspricht. Auf der Seite der sauren Elektrolyse entsteht ein leicht saures Anodenwasser mit einem deutlichen Elektronenmangel. Demgegenüber sind die meisten Flaschenwässer, die wir so kaufen können, deutlich saurer und elektronenärmer als Leitungswasser. Wenn man 100 Sorten aus meiner Wasserbar zusammenmischt, ändert sich das nicht. Die Frage war, wo kommen beim basischen Elektrolytwasser die vielen Elektronen her? Und warum sind sie so unstabil, dass das niedrige Redoxpotenzial schon nach wenigen Tagen verschwunden ist? Schon Hidemitsu Hayashi hatte vermutet, dass die antioxidativen Fähigkeiten dieses Wassers nur vom Wasserstoff herrühren können, der bei der Elektrolyse in der rechten Kammer entsteht, aber sehr flüchtig ist. Tatsächlich konnte Professor Sanetaka Shirahata schon 1997 die Rolle des Wasserstoffs als Zellschutzfaktor nachweisen. Er fand dies allerdings nur für den atomaren Sauerstoff. 2007 zeigte aber Professor Shigeo Ota, dass auch Wasser, das mit gasförmigem Wasserstoff gesättigt ist, Eigenschaften besitzt, die es zu einem erstklassigen Radikalfänger machen. Durch weitere Forschungen stellte sich heraus, dass Wasserstoff nicht nur das kleinste, sondern auch das feinste Antioxidant ist, weil es alle weiteren Antioxidantien in unserem Körper, die sehr viel größer sind, nach Verbrauch wieder aufladen kann wie eine Batterie. Elektroaktiviertes basisches Kathodenwasser zu trinken hat also offensichtlich einen energienachladenden Effekt. Es tut nicht nur Menschen gut, sondern auch Tieren. Vielfach nutzt man es auch in der Landwirtschaft. Keimlinge sprießen um ein Vielfaches schneller. Welcher Salat badet sichtbar gern darin? Die Frage, womit wir uns am besten erfrischen sollten, scheint dadurch gelöst. Natürlich haben einige Pharmaunternehmen sich bereits des Wasserstoffthemas angenommen. und verkaufen ein wasserstoffangereichertes Wasser in kleinen Gebinden zu großen Preisen. Immerhin gibt es genügend Studien über den Nutzen. Findige Fernost-Ingenieure haben dann gleich ganz simple Elektrolysegeräte entwickelt, die mit Wasserstoffmessgeräten verkauft werden, damit man es auch glaubt, dass nicht nur zwack na zwack drin ist. Aber allein mit Wasserstoffzusatz lässt sich die Uhr des Alterns nicht zurückdrehen. Es bringt nämlich praktisch nichts, wenn man zwar durch elektrischen Strom Wassermoleküle in Sauerstoff und Wasserstoff aufspaltet, aber den dabei entstehenden Sauerstoff anschließend nicht entfernt. Letztlich wird dann nämlich nach wenigen Minuten wieder Wasser daraus. Nur wenn saures und basisches Wasser durch eine Diaphragmamembran in eine Anoden- und Kathodenkammer getrennt sind, bekommen wir wirksames, wasserstoffreiches und leicht basisches Trinkwasser. Das leicht saure und sauerstoffhaltige Anodenwasser links, das können wir dann zum Putzen verwenden. Manchen quält die Frage, ob man ein Basen- und wasserstoffreiches Wasser nicht anstelle von elektrischem Strom mit dem Werkzeugkasten der Chemie herstellen könnte, wie der alte Apotheker Struwe. Das ließe sich auch leichter patentieren und vermarkten als die über 200 Jahre alte Wasserelektrolyse. Funktioniert aber nicht wirklich. Obwohl es einfach klingt, man nimmt ein Alkali- oder Erdalkali-Metall wie Magnesium, das mit Wasser unter Bildung von Hydroxid-Ionen parsisch wirkt und dabei Wasserstoff freisetzt. Was ist der Fehler dabei? Bei der Elektrolyse wird der oxidierende Sauerstoff und die sauren Ionen wie die von Chlor, Schwefel oder Flur mit dem sauren Wasser entfernt. Ebenso das Anion Nitrat. Bei der chemischen Methode bleiben sie aber drin und stören die Aufsättigung mit Wasserstoff. Wie die Messwerte eindeutig belegen, selbst nach 12 Stunden Einwirkzeit mit drei Magnesium-Sticks wird nicht die volle Wasserstoff- Sättigung erreicht, die ein guter Wasser-Ionisierer in wenigen Sekunden schafft. Auch die verschiedenen anderen Mineralmischungen auf dem Markt funktionieren nicht anders. Wasser ist nichts als verrosteter Wasserstoff. Es sind nur drei Komponenten, mit denen wir Funktionswasser in unserem Sinne gestalten können. Wasserstoff, Sauerstoff und Elektronen. Dazu müssen wir mittels elektrischem Strom die Elektronen richtig dirigieren. Anders geht's nicht. Tut mir leid, kürzer ging es auch nicht. Ausführlichere Informationen, was man mit Funktionswasser alles machen kann, auf www.wasserfakten.com www.wasserfakten.com Vielen Dank.